Liebe Hörerinnen und Hörer, unser unvergessener Erzähler Ewald Wenck wird unsere neue, damals war's Serie nicht mehr begleiten. Wie Sie wissen, ist er am 30. April von uns gegangen. Aber er wurde nicht aus unserer Sendung herausgerissen, sondern hatte mit uns verabredet, dass Adams Paradies seine letzte Reihe sein sollte. Er hat sich deshalb für uns, für die neue Serie folgendermaßen verabschiedet. Ich habe nur gute 16 Jahre den Erzähler gemacht und mache nur Platz für einen anderen und zwar für... Nein, nein, ich verrate nicht, wer das ist. Sie werden's schon merken. Musik 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 Musik